Hallo, du schöner Stuhl, wenn du mir helfen könntest, dann wär das ziemlich cool. Ich hab das Gefühl, ich muss hier in den Lüftungsstaat, in den Lüftungsstaat... Ah, danke, lieber Stuhl! Geheiligt seist du! Wir haben immer noch keine Axt, wehe, jetzt kommt was, was wir töten müssen oder was uns töten kann. Das fände ich nicht schön. Öffne dich auf magische, seltsame Weise von alleine. Schade. Wir brauchen den heiligen Stuhl. Ja, da sind wir wieder dabei, ganz nach der Devise. Stuhl macht cool. Hast du keinen Stuhl, bist du nicht cool. Bäh! Aha, so wird's anscheinend nix. Wieso haben wir eigentlich das Glas nicht aufgekriegt? Jetzt haben wir uns hier total verheddert. Hä? Hör doch auf, aufzustehen! Scheißen! Scheißen-Dreck! Scheißen-Dreck! Danke, Stuhl! Hier warst du nützlich, aber da drin bist du zu sperrig! Leider! Telefonhörer wird uns auch nicht helfen. Telefonhörer ist nutzlos, Stuhl will nicht mehr. Ja, was haben wir denn noch? Scheiß, dass das Teppich nicht mehr da ist. Teppich wäre jetzt super. Soll ich es mal mit Tellern probieren? Energie, Diskurs! Tschu, nö, 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 nö. Äh, ähm. Wozu ist denn der Schlüssel jetzt, den wir gefunden haben? Ach, der war fürs Männerklo. Alles klar. Äh. Ich guck mal kurz was. Spiel laden, Hellsound automatisch speichern. Haha. Also ich hoffe mal, wir haben noch irgendwo ein Autosave, sodass ich dann nochmal probieren kann, an die Axt ranzukommen. Das wär echt cool. Und dann würde ich nochmal versuchen, das Spiel bis hierhin zu zocken. Hallo, Telefon. Und, ähm. Dann hätten wir ja schon mal eine Axt. Wobei ich wirklich so das Gefühl hab, bis jetzt haben wir sie ja nicht gebraucht. Ah, nun für sich, aber halt über solche Umwege mit Stühlen die Lüftungshächte einzuhauen, das ist mir irgendwie nicht ganz koscher. Vielleicht brauchen wir sie ja doch, wer weiß. Und wenn dort einer uns jetzt den Hammer klaut, ich meine, dann wird er doch bestimmt auf uns warten und dann da drin auf dem Damenklo dann sagen, Surprise, surprise, ich hab deinen Hammer. Du musst mich jetzt mit der Axt töten, die du nicht hast, weil du ein verkackter Noob bist. Und die ganze Zeit mit Stuhl um dich wirfst. Ich bin in Deckung und fach. Oh. Es, es geht einfach nicht. Es geht nicht, ich werf es immer dran vorbei. Moment. Probier mal was. So. Stuhl hoch. Kriegen wir auch nicht kaputt. So, okay, dann rückwärts hier wieder raus und... Ich versteh's nicht. Ich, 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 ich versteh's nicht. Keine Ahnung, warum jetzt, warum's jetzt einfach aufgeht. Weiß ich nicht. Kein, ich hab nix gemacht. Kinder, da ist doch bestimmt was. Stuhl, du musst dir jetzt Teppich ersetzen. Teppich hat mir echt gut gedient. Ich, äh, du hast einen, äh, Ruf zu verlieren. Was? Wie? Ne, du hast dir noch keinen gemacht, aber... Stuhl, jetzt sei nicht so bockig. Och. Stuhl, du bist scheiße. Das müsst ihr jetzt mal raus. Geh da, geh da. Bitte. Ja, genau. Wir müssen nämlich mal wenden. Haben die das mit Absicht so gemacht? Okay, vielleicht brauchen wir die Axt wirklich nicht. Okay, Sparplatz. Arr, arrr, arrr, arrr. Arr? Du bist doch ein Vampir. Ein schwuler Vampir. I just wanna be happy happy. Stuhl. Ich will Hammer haben. Was hast du getan? Du hast dich bewegt. Bewege dich doch nicht, du bist tot. Wer sich vom Tode noch bewegt, der leidet voll unter Workaholic. Scheiß. Darf ich die... Erstmal Tür zu hier. Komm. Nimm, nimm die Schaufel. Ja, ja, super. Stuhl, du bist frei. Danke für deine Dienste. So.